Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Das letzte Mal haben wir Vati verprügelt und Hyrule gerettet. Allerdings, nachdem man halt das Spiel durchgespielt hat, klickt man nochmal die Option zu speichern und dann mit diesem Speicher dann nochmal weiterzumachen. Und ja, danach kann man halt noch verschiedene Dinge einsammeln. Das erste kann man sich hier, naja, kann man hier auslösen. Und dazu muss man einfach mit den Geronen hier Fragmente vereinen. Dann passiert folgendes. Uuuhhh, fein geschlafen. Ja, und damit... äh, können wir jetzt mit Bigoron sprechen. Zudem gehen wir auch gleich mal hin. Ja, und damit... äh, können wir jetzt mit Bigoron sprechen. Ja, so wird ab schnell zu nehmen. Einfach mal ein paar Mal hier runterspringen. Da ist Bigoron. Laufen wir mal unter die Finger durch. Und dann reden wir mal einfach mit ihm. Oh, oh. Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Mützenwicht. Schön, dass du mich hier im letzten Winkel des Gebirges besuchen kommst. Hm? Trägst du da etwa ein Schild in deine Hand? Für uns Geronen ist das die allergrößte Delikatesse. Oh bitte, mein lieber Mützenwicht. Lass mich von deinem Schild probieren. Keine Sorge, ich probiere nur ein klitzekleines Stückchen. Ehrlich. Lass du mich deinen Schild kosten? Na gut. Ist dir klar, dass du den Schild in der Zwischenzeit nicht verwenden kannst? Überlässt du ihn mir trotzdem? Ja, doch. Wirklich? Danke. Dann will ich gleich mal. Mahlzeit. Mampf, Klonk. Oh, wie vorzüglich. Das stimmt tatsächlich. Erlesenes Futter. Ja, hat doch den Schild weggefressen. Na, müssen wir später wieder zurückkommen. Weil dann wird er uns nämlich noch was geben. Jetzt gehen wir erstmal zum Quiloria-Wald. Und besorgen uns die letzte Sorte Tyrup. Pegasusstiefel und los geht's. So. Da wächst ja die letzte Tyrup-Art. Juhu, die orangefarbene Tellurian da blüht. Dank deiner Hilfe. Danke, danke, danke schön. Wir forschen vorher nicht weiter, aber wir haben schon viele neue Ideen. Samba Tellurian. Jumbo Tellurian. Mambo Tellurian. Ja. Jetzt können wir halt bei Terry alle Arten von Tyrup kaufen, die er anbietet. Gut, dann geht's jetzt erstmal wieder zurück nach Stadt Hyrule. Dann, da wir jetzt halt auch das Spiel durchgespielt haben, haben wir beim Figurenmacher sechs weitere Figuren freigeschalten. Und die werde ich jetzt einfach mal holen. Und wir sind da. Hi. Ah, ich hab auf dich gewartet. Ich hatte wieder eine Eingebung. Die letzten Figuren sind fertig. Willst du gleich Ratterie spielen? Ja. Wie viele Muscheln möchtest du für das Los einsetzen? Je höher dein Einsatz ist, desto höher ist dein Sharks auf eine Figur, die du noch nicht hast. Wir setzen einfach 100 Muscheln. Dann wäre einfach so viel, dass wir 100% haben. 97 Muscheln? Ja, hier bitte. Hebel. Zellda und Link. Der König von Hyrule und Großvater Alvarez ist seit langem befreundet. So kennt Zelda Link schon seit frühester Kindheit. Sie möchte, dass Link mutig, stark und berühmt wird. Herzlichen Glückwunsch, danke, danke. Nächste Figur. Jetzt sind wir wohl nur 3% mit einer Muschel. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben einen noch. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Minish Ezellu. Der Minish Ezellu, bevor er vom Fluch des Hexenmeisters getroffen wurde. Ein berühmter weißer Zauberer in der Welt der Minish. Unter den vielen Werkzeugen, die von Minish hergestellt werden, sind seine ganz besondere Wunderwerke. Nächste Figur. Ein schwarzer Ritter treten im dunklen Schloss Hyrule auf. Stärkste Variante der Schattengarten. Gleichermaßen geschickt im Angriff und in der Verteidigung. Behindert Link beim Versuch, Wartig Ceremonie zu stoppen. Wartig Ceremonie zu stoppen. Gut, dann fehlen jetzt noch 3 Figuren. Und die Leute, die aufgepasst haben, die dürften ja wissen, welche Figuren jetzt noch kommen werden. Dämon-Wartig. Nachdem Hexenmeister Wartig das Forst erlangt, wurde er zum Dämon. Seine besonderen Flüche und die Strahlenattacke aus seinen kreisenden Pupillen sind gefährlich. Da, noch einmal. Ich frag mich echt vorher, der Typ weiß, wie Wartig aussieht. Weil sowieso die ganzen anderen Monster und Minish und was so alles gibt. Na, egal. So, Figur Nummer 5. Gif Dämon-Wartig. Dämon-Wartig nach einer weiteren Verwandlung. Hat keine Ähnlichkeit mehr mit dem ursprünglichen Wartig. Kann nur mit dem Heiligen Schwert der 4 besiegt werden. So, und die letzte Figur. Gif Dämon-Wartig. Erzählmann wartet nach seiner letzten Verwandlung. Er ist nun durch und durch böse und kennt nur ein Ziel, Link zu vernichten. Man muss seine Schwächen ausnutzen und das Schwert der 4 einsetzen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Figuren, die es gibt. Ich bewahre sie sorgfältig auf. Du kannst sie jederzeit hier ansehen. Außer dem Fall leistet diese Minitendo Gold-Medaille. Ich schaffe, du weißt, das zu würdigen. Minitendo-Medaille erhalten. Ja. Jetzt haben wir hier halt alle Figuren, die es gibt, wie er gerade gesagt hat. Ich will jetzt einfach mal ganz kurz durchskippen. Oh, fuck. Na ja. Holen wir uns jetzt erstmal die Belohnung, die mit dieser Medaille mitkommt. Und zwar reden wir dazu mit dem Typen hier. Hä? Oh. Hey, nicht schlecht. Kompletto. Voll krass. Puh, du bist ein echter Maniak. Das macht echt was her. Ich lade dich in mein Haus ein. Nimm einfach mit, was dir gefällt. Reiche Leute sind großzügig. Und jetzt haben wir Zugriff auf dieses Haus hier. Da kriegen wir einerseits ein Herzteil. Drei Truhen. Mit jeweils 200. Nochmal 200. Und nochmal 200 Rubinen. Und dieses Grammophon, das Lieder spielt. Wunder, wunder, wunderbar. Willst du mal hören? Ja. Jetzt kann man sich halt hier die einzelnen Musikstücke, die diesem Spiel vorkommt, anhören. So, gut. Genug jetzt davon erstmal. Äh, das... Ja, das einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist halt von diesem Bigoron. Von dem kriegen wir nämlich noch was. Ich werd mal ganz schnell gucken, ob's vielleicht schon bereit ist, oder ob wir noch länger warten müssen. Hi. Mampfklonk. Oh, wie lecker. Lass mich noch ein Stückchen probieren. Okay. Dann dauert das hier noch ein bisschen. Äh, dann würd ich sagen, ich skippe jetzt einfach mal zu der Stelle... Äh, bis der... Bis der mir halt diese... Das besondere Item gibt. Was im Prinzip jetzt total nutzlos ist, da wir den Pass ja eh schon besiegt haben. Aber trotzdem. Wir sehen uns dann hier gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Äh, der Gorone müsste jetzt fertig sein. Dem Schild. Essen. Mampfklonk. Oh, Formidabel. Vielen Dank, mein lieber Mützenwicht. Vielen Dank, dass du mich den Schild schmecken liestest. Es fällt mir nicht leicht. Ah, versprochen ist versprochen. Ich spucke den Schild jetzt aus. Spiegelschild erhalten. Ein strahlender, starker Schild, der Angriffe zurückprallen lassen kann. Äh, ups. Irgendwie hat sich die Form des Schildes ein wenig geändert. Aber kein Problem. Der Schild ist einfach nur anders geformt. Finde ich jedenfalls. Tja, also nicht schön gut. Tschüssi. Ja, damit haben wir jetzt, äh... Ja, alle Items im Spiel. Ja. Der ist jetzt im Prinzip halt wirklich... Äh... Der bringt halt einen nur was, wenn man jetzt wirklich nochmal gegen Wati kämpfen würde. Ja. Gut. Dann hoffe ich, dass dieses Let's Playen gefallen hat. Und... Ja. Wir sehen uns dann... Beim nächsten Let's Play wieder, würde ich sagen. Mal sehen, was wird. Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.